Halleluja, welch wunderbare Botschaft. Halleluja, what a wonderful message. Welch wunderbares Evangelium. What a wonderful gospel. Die Menschen kamen mit einem Stück Holz ans andere Ufer und waren gerettet. The people came with a piece of wood on the other shore. We just heard it. And Jesus starb am Kreuz an einem Stück Holz. And Jesus died on a piece of wood on the cross. And when we are holding ourselves to Jesus Christ, then over this cross, over the piece of wood, ans andere Ufer. We can come to the other shore. Wir können überqueren. We can overcome. Wir können überqueren und kommen ans andere Ufer. We can overcome to the other side. Oh, welch eine wunderbare Botschaft. What a wonderful message. Ja. Ich bitte jetzt das Lobpreisteam. Und jetzt ist auch die Zeit, das Opfer einzusammeln. Und jetzt wollen wir unsere Offering collectieren. Ich kann eine Stille fühlen. Und jetzt holi es mich,